Hi Leute, heute möchte ich euch einfach mal ein Video machen, weil mich haben halt viele Leute gefragt, wie das geht mit der App Mobizen und so. Also ihr braucht halt diese App Mobizen hier, ihr seht es ja hier unten, ganz unten links, Mobizen, die klickt ihr einfach an. So, dann seht ihr halt dieses Fenster, hier könnt ihr euren Namen eingeben, das mache ich jetzt mal weg. Ich nenne jetzt einfach mal YouTube. So, das heiße ich jetzt hier. Ne, warum hat das jetzt? Egal. So, und da müsst ihr eigentlich hier, müsst ihr nix machen, ihr müsst einfach auf Record Screen drücken und dann geht dieses kleine Fenster hier auf in der Ecke. Dieses kleine Fenster hier oben. Und dann müsst ihr einfach auf den oberen Button drücken, dann nehmt das euren Screen auf und hier unten, dieses Zahnrädchen, da könnt ihr noch ein paar Einstellungen treffen. Also Qualität, FPS, Audio Recording und so, das könnt ihr halt einstellen. Sogar noch hier dieses Dings hier, Transparent, könnt ihr dann noch einstellen. Das könnt ihr alles einstellen mit der App. Und dann drückt ihr einfach hier oben auf Rekorden und wenn ihr, ihr könnt das Ding auch übrigens hier so verschieben, das ist ganz lustig. So, und wenn ihr jetzt hier oben auf das obere wieder klickt, also hier steht auch 1 Minute 23 nehme ich jetzt auf und wenn ihr da ganz oben drauf klickt, hört das halt auf aufzunehmen und das ist eigentlich ganz okay. Also wenn jetzt irgendwo ihr seid, habt ihr euer Spiel oder so aufgenommen, klickt hier oben drauf und tschüss. Also wenn ihr da seid, habt ihr euch da seid, habt ihr euch da seid.